Hi liebe Basketballfans, ich bin Lukas Vernelles, FS-Hotler bei der DOK Neustadt Basketballabteilung. Zur Zeit habe ich Corona frei, aber wenn es hier los geht, habe ich wieder richtig Lust aufs Montags zocken, mal wieder in die Halle kommen, Ball in die Hand nehmen, paar Kerbe werfen, weil daheim fällt dir einfach die Decke auf den Kopf, da ist einfach nichts zu tun. Auf was mich auch freue, ist meine UC mir zu sehen, weil die kleinen Kinder, die wachsen mit der Zeit echt ans Herz und hoffentlich geht es dann nach der Pause auch wieder draußen weiter, geiles Wetter. Bis zum nächsten Mal.